und damit herzlich willkommen zurück zu ghost rican breakpoint nach monaten irgendwie ja also für uns schon ja mit nick und gert ja unsere vor produktion neigt sich dem ende und hupsala was mache ich denn hier und ja jetzt ist es ganz viel gepächt worden und keine ahnung was und hier und da und jetzt spielen wir wieder wir wollten da hinten hinfahren gerhard hast du gesagt ja ja lass uns doch das hier das qualm zwar ein bisschen aber ich nehme das hier das hier das hier hat aber ja ich mache ja auch nur die frau steigt auch ein anstatt an dem ding rum zu packen wie wir es damit die gas vollgas optimal ja ich trage dich einfach aus der typ hat mich geländen ja dran jetzt gerade bei backen immer wieder am auto roman stadt auch du schaue mir das ist und das ist eine fahrbare drohne ja 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 ich sehe es schäfte an sie wenn das der nick dann heute noch mal schafft kann ich gehen mit dem jahr der typ kriegt das ja nicht hin der backt lieber am auto roman dort endlich mal was zu machen danke und alter hier ist was los nicht schnell genug weggekommen ja ich bin auch da und ich habe mich gerade umgedreht da seid ihr weg geflogen da kommt ein auto ich möchte erwähnen was passiert hier bin schon am humpeln und dann solltest du dich heilen bin ich ja gerade dabei könnten wir jetzt einfach da hinten zu dem ziel gehen das ist nur noch 750 meter drohne sieht mich hier gerade schon wieder ja und hinter mir kommt ein auto und ich bin noch immer noch am jetzt geht ihr mir aber auf den sack hier da kommt noch ein auto bin da ihr müsst wissen der gerd hat vor der aufnahme mit der gettlinger rumgespielt das recht sich jetzt oder ja ich liege hier ich mache hier ja ich muss mich gerade erst mal noch mal verbinden irgendwas trifft mich aber keine ahnung was was trifft mich danke schön steht so ein penner rum sagt doch mal früher volltreffer damit ich dich eher sehe was war das denn granate ok jetzt schießt das automatische schütze auch nicht dahin geht auf jeden fall gut los ach das war mein tanspray dass ich gerade oder einer hoch der fällt jetzt wieder runter ich heile mich mal aua 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 böse also ich würde echt vorschlagen dass wir vielleicht äh problem ist einfach die ziele gehen und lauf doch einfach weg jetzt ist es endlich weg da kommt gleich noch ein auto auf der straße kommt noch ein auto ja lass doch kommen das fährt weg wir werden gesehen ich nicht weiß ich von wem ich gesehen werde keep running 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 nur bei mir gerade action musik im untergrund jetzt ist die weg bei mir nicht darunter fallen du auf den kopf alter brauchst du stopper socken oder was zu welchem punkt müssen wir eigentlich ich würde gesehen auch von irgendwo ich habe doch immer noch dieses ultra und mega wo genau rennt ihr eigentlich hin da oben fliegt eine drohne ach ihr wollt es erst zu dem gelben ach so der andere ist ach so wir kommen ja nicht mehr ran so weit weg er hört schüsse ja korrekt könnten unsere sein ach man war der gerd wieder schneller natürlich war gerd wieder schneller was denkst du denn mayo versteckt sich hinter dem großen brocken stein und gerd hatte freie schussbahn aber weg ja mann ich frage mich immer für was welchen punkt ah da 200 und ja und er rutscht wieder mein gott was ist jetzt unser ziel da unten ich bin gleich unten soll ich mal reinhalten nein du machst noch nichts zu spät habe ich gemerkt oh hier geht es weit runter bremsen ja du solltest bremsen zwischendurch zwei leute habe ich schon mal der hat was lilanes gedroppt sniper weg der heli hält aber was aus was ist denn für ne bumme ey ja die macht bumm ach das war die eine die wir da wo wir so mega aufräumen mussten früher ne ja da war der heli kaputt ja stellt euch alle nach und nach nacheinander dahin das ist klug habe ich die setze ich noch mal die drohne ein spielte mit controller dann mit x mit x ok ja 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 komm halt die fresse du bist doch eh gleich rutschen und tschüss von wo oh dröhnchen die welt kann kommen ich noch mal an den paketenwerfer waren kann ich den nutzen den musst du über das inventar in dein laufrad legen ja habe ich im laufrad habe ich ja und dann kann man muss mit dem laufwerk auswählen und damit wurde auch granaten und so wirft oder dich halt mit der taste welt zu haben auch den raketenwerfer aus ist das geschützt schon da ja hat jetzt auch nicht so viel ausgehalten ich glaube ich habe drei viermal drauf geschossen war das war der feierabend ich würde gerne rüber springen jetzt weiß ich mir mal die drohe ok ja ich wollte ja rüber springen und das kann ich funktionieren ich jetzt ganz hoch war langweilig meine position ist ein leiter er hatte ich so gescheuert da unten wo ich mich ja ja ich bin nur mit leitern so oft kriegs wusten arschloch art zieloptik wo geht es denn hier hoch von draußen oder von drinnen raus hier leiter von draußen vom walde eine zieloptik bringt die mir was mal gucken kann ich die denn jetzt ausrüsten wie ging das noch mal über das menü bei den waffen bin ich eigentlich überhaupt laut genug ja könnte es noch ein bisschen näher ran oder dich was lauter machen ja ok näher ran geht so ist in dein waffen menü und wenn du dann willst du die waffe aus ach damit gehen ja so hier draußen schalldämpfer bitte ja im gunsmith machst du das ne und wo kann man da ach so erst mal wieder hier reinkommen schalldämpfer lauf abdeckung ich hab mal ein bisschen was gefunden ok so ein info dinge ja karte aktualisiert das ist ein ausrüstungs ding ne vektor ja wer hat die denken gefunden ich kriegen wir die dann alle maschinenpistole p 90 90 wo hast du denn die p90 gefunden in der ausrüstungskiste und wo ist die da bei dir ja da wo du gerade bist ne das waren hunderts geld kredits wo ich jetzt gerade war was hat diese komischen weißen dinge da auf der habt ihr schon mit dem gelben punkt da gesprochen ne warte ich will noch die kiste hier hinten holen was ist drin die p90 hier schwebt ein heft in der luft hä echt jetzt nicht mehr jetzt ist es weg jetzt ist es hier ja stimmt schwebt ja oh mein gott genau dieses heft es schwebt oh mein gott ach mein inventar ist voll nick kommst du das sind nur daten die ich hacken muss jetzt müssen wir sachen finden ach so das sind einfach die anderen beiden gelben punkte wahrscheinlich drei kilometer sind das 2,3 und 3 die wir nicht schlecht ja wir nehmen das auto mit bum bum was da oben steht ja ok kann immer das leuchtet aber noch was blaues da ist das eine schon eingesammelt ich habe hier was blaues blutjeans ja das blaue war bei mir eine blutjeans warte ich muss die hose wechseln das klinge hast du eingeschissen also ich wusste dass er das fragt ne p90 ne die würde ich nicht ausrüsten ne sc level 111 ja die nehme ich mal ja und ich darf nur was aufsetzen ja ich muss nicht wo er war ja versteck dich doch ruhig hinter dem baum komm ich höre auch auf so soll man die mal im besuch abstatten ne 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 der kommt gleich freiwillig da raus oh oh mal gucken ob wir wieder einen baumflip hinbekommen ja ja nicht mit dem ok aua aua ähm ähm wadaloo okay das hätte man jetzt wissen müssen warte mal ich guck mal ob wir da irgendwie haben wir hier kein bivak in der nähe wo wir uns ein heli bestellen können ja wenn ich wir können da erstmal ein stückchen drumrum fahren also es geht schon aber jetzt bin ich schon fast da jetzt bin ich auch schon unten juhu wad wie wo seid ihr hier unten am ufer juhu ja und da ist aber nix aua das ist ein weißer wer bist du warum hat der weißen punkt über sich ja der hat ein weißes ziele ist es der war nicht nett ne der war böse obwohl wir können hier weiter außenrum können fahren auch hier sind blümchen die ich einsammeln kann wir sind nicht hier um blumen zu pflücken ja 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 da kommt ein predator ich glaube das bringt nicht so viel als versteck oder nicht bewegen darf ich versuchen sie abzuschießen nein habe sie abgeschossen du weichei du aber besuch gibt es trotzdem ja ja ich dachte erst ja noch gar nicht gesehen alter 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 what the fuck von wo wir sind auf jeden fall noch rot also wir sind irgendwo in der zielmarkierung drin nein das rote hier ist was sie abgeworfen hat die predator irgendwo läuft aber noch einer rum vorsichtig nein ist fertig ich gehe jetzt hier hinten das zeug einsam ich will nicht behaupten dass wir das ganz gut gemeistert haben aber das haben wir ganz gut gemeistert ein roter punkt hier läuft noch irgendwo einer rum ach der hat keine zeit für uns gehen gerade mal besuchen ich habe seerosensamen gefunden dass er das ist wichtig im bwak kannst du da heilung und aufputschmittel von basteln okay gert hat den gekillt natürlich habe ich ihn gekillt nicht mehr da kann ich mir daraus red bull zusammen klöppeln oder was ist los weiß ich was du dir so sturmgewehr 553 okay ich muss auf jeden fall die zieloptik bei meiner waffe wechseln die ist das kommt angefahren die ist doch nicht so gut wie ich dachte ich komme runter gerutscht also bei mir hat ja was die landes getroffen ich weiß nicht ob der bei euch was getroffen hat muss doch mal gucken wer den einen typen den ich da hinten guck mir geholt habe ich habe keinen drop mehr auf der karte markiert bei mir hat auch nichts gedroht ich jetzt eine bessere zieloptik er habe ich könnte das auto mal gerade stellen bitte und bekommt eine drohne aber ich sehe sind da hast du sie ja sie ist im wasser abgestürzt weiß nicht ob sowas gedroht hat das würde 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 angezeigt werden kann man kann man tauchen dann ist das wasser hier nicht tief genug in diesem foto modus aus dem ich nicht rauskomme keine ahnung von mir wird da irgendwas angezeigt aber ich komme nicht ran ja dann würde ich sagen machen wir hier eine pause echt so schnell ja also wir sind wieder 21 minuten rum hallo okay wir machen eine pause in der zeit was ich mich bis gleich tschüss tschüss